Ja Steppen, wie groß ist der Palast, der jetzt unendlich anfallt? Riesengroß, aber so schön. Es kann nicht besser sein. Vor so einem Publikum, so viele Leute, die hinten anstehen, die auch unterstützen die Mannschaft, was super ist, der Vorstand, was die Miete arbeitet, was alles organisiert, der Fanclub, super. So eine Stimmung, nichts Leibniz. Genau, apropos Stimmung, wie ist denn das gewesen, vor so einer Halle zu spielen, bei jedem Tor, so Lern, bei jedem Parade. Ich glaube, das gibt es nirgends in Italien. So eine Halle, so eine Stimmung, so viele Leute, die in Dienstorf nachkämmen, Frauen haben, wollen sie schauen. Mega. Mega. Was wird denn von dir aus deswegen in der Serie einen Ausschlag geben? Ich glaube nicht so Kopfgeist. Die Mannschaft, der Kopfgeist, dass wir ins Geglaub haben und das ganze Publikum, die ganzen Leute, die hinten anstehen und dann ins Glauben. Wie schauen die nächsten Tage jetzt aus, feiermäßig? Ja, ein bisschen feiern und schauen. Ich will auch was lernen. Spielst du nächste Woche noch weiter? Nein, das ist ein super Ende. Besser kann man es nicht anschließen. Und schön war es. Danke. Fährst du mit dem Handball irgendwie erhalten bleiben? Als Zuschauer sicher. Als Fan auf der Tribüne sicher.